Guten Morgen, Fresh Family, was geht ab? Wir sitzen am Essenstisch und ich zeige euch einmal, was wir heute essen. Wir haben euch unser Frühstück noch gar nicht gezeigt. Hier gibt es Pancakes am Morgen, Toastbrot, Spiegelei. Nee, Rührei. Hier kommt noch dieser hübsche Mann, der sich noch ein bisschen Aufschnitt geholt. Erzähl mal kurz, was hast du auf deinem Teller? Boah, Leute, ich habe mir einfach so vieles genommen, dass es warm ist und so weich. Ich dachte mir, ich nehme das einfach, weil es schmeckt unnormal. Butter auf und ein bisschen Rausschnitt. Weißt du, was mich nur nervt, dass sie nicht beschriften, was was ist, weil es gibt davon voll viele und ich würde gerne wissen, welche Füllung wir haben. Ja, guck mal hier, hier ist ein kleiner, ich glaube, das ist locker Schafskäse, aber halt nicht so, wie viel. Gibt es auch einen mit Hackenfleisch? Hier, auch Schafskäse. Caden hat sich heute für Pancakes und Cornflakes entschieden und ein Rührei, Kinaja auch. Auf jeden Fall frühstücken wir jetzt, Leute, und nehmen euch heute wieder mit. Wünschen euch viel Spaß, macht gerne einen Daumen nach oben. Ich wollte gerade sagen, ich habe Lust, wenn ich mache mit dem TikTok. Ja, das nervt echt. Erstmal guten Appetit jetzt, Leute. Ja, auf der Kauenschule, richtig super. Jetzt geht es einmal kurz aufs Zimmer. Aufs Klo. Und auf Klo. So schön, Leute. Ja, aber wir gehen noch nicht raus. Ey, es ist so wunderschön, Leute. Oh mein Gott, das kann man sich jeden Tag geben. Mama, Zeit nicht in Frage, dann wissen wir. Wo wir sind, wir sind in der Türkei, das wissen die jetzt, mein Schatz. Oh, es sieht so schön aus. Ey, so doll. Und los. Ey, ey, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Wuuuuh. Sehr gut, Caden. Tell mir deine Muckis. Komm, wir gehen jetzt. Heute ist Papa euer Personal Coach, ja? Ich nenne mich. Ey, hallo, hallo, hallo. Gefällig. S-O-S, da-tü-ta-ta. Da-tü-ta-ta. Komm, los jetzt, geh. Komm, wir gehen jetzt ins Fitnessstudio. Wo gehen? Auf Los geht's los. Auf Kaka geht's los. Seid ihr bereit? Ja. Macht sie hier auch, sie ist fit. Das erste Mal, dass sie ins Fitnessstudio geht. Ja. Macht doch nichts. Und dann macht sie hier heute Morgen auf Healthy Melty. Essen und so. Einmal kurz Haferflatten. Haferflatten, aber nur auf die Lüge. Nur fürs Auge, ne? Oh mein Gott, ey. Kay macht, guck mal, was Kay macht. Ihr seid ja richtig motiviert, ne? Eurotraining, Eurotraining, Eurotraining. Eurotraining, Eurotraining. Das ist unser Fitnessstudio hier. Ah. Ist leer, ne? Bisschen? Ja. Das geht. Kino, was machst du da? Du benutzt das alles hier, als wäre das irgendwie so ein Spielplatz. Kay, warte, stopp mal. Ich mach dir das. Ich mach so, genau. Sehr schön, mein Lüge. Sehr schön, mein Lüge. Genau, Trizeps. Oh, yo, yo, yo. Papa, Papa. Sehr schön, Kay. Papa, guck mal. Atme, atme dabei. Papa, guck mal, wo ich dein Laufen komme. Sehr schön, Kay. Und, wie ist das? Spürst du das? Das ist genau für diesen Muskel hier, Trizeps. Genau, auseinanderziehen, nochmal. Sehr schön, Junge. Und jetzt kommt Pause kurz. Und dann geht's weiter. Schön atmen, genau. Auflockern, yeah. 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 Sehr schön, Kay. Versuch mal jetzt ein bisschen zu laufen, genau. Nein, 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 pass auf, du fällst. Du musst laufen schon. Du musst laufen, erzählst. Lauf. Genau. Alter, seid so witzig, ne? Guck mal, wie Mama. Genau, Mama, das musst du jetzt halten, das Tempo, ne? Lauf mal lustig ist, eigentlich immer so 10 Minuten machen. Das ist sehr, sehr gut. Genau. Guck mal, alle Hände machen, wie Mama. Genau, Hände mitnehmen. Sehr gut, Kay. Guck mal, deine Schwester guckt dir zu. Das sieht super aus, Kay. Guck mal, Kina. Was sagst du zu deinem Bruder? Macht dir das gut? Hä? Feuer, jeder, sag mal, Kay, Dan, Kay, Dan. Kay, Dan, Kay, Dan, Kay, Dan. Du machst das super. Guck mal, Kay. Kay, du bist doch mal Profi. Fußballer werden, meintest du doch, oder nicht? Hä? Du müsstest doch für Paris spielen. Komm, du kannst nicht nach hinten. Kay, du musst nach vorne. Komm, versuch vorne dran zu bleiben. Los. Sehr schön. Hände mitnehmen. Hände eingeknippt. Guck wie Mama. Guck mal, wie Mama macht. Kurz, guck mal, kurz zu Mama rüber. Kina, pass auf, du darfst da nicht rauf. Mama möchte jetzt wieder einmachen. Ich mache sechs Minuten. Sechs Minuten. Komm, Kay, du schass hast. Du machst mit Mama zusammen. Guck mal. Aero-Training, Aero-Training, Aero... Komm, weiter. Sehr schön. Guck mal, Kina feiert dich an. Komm, Kina, feiert deinen Bruder an. Family, the fresh family. Kay fresh, Kay fresh, Kay den, Kay den. Guck mal den Jungen an. Hey. Hey. This boy. This boy. Stabilo. Motiviere und dann denkt sie sich so, Mann, was ist denn mit mir? Mein Schatz, du brauchst nichts machen, ja? Du bist auch so stark genug, guck mal. Und, hast du jetzt geschafft? Hä? Super, super, super. Ey, check. Richtig stolz auf dich. Deine erste Einheit. Wow. Guck mal, Kay ist immer noch am Lauf. Hey, Kay. Du hast deine Muskeln gesehen. Du wolltest an sein Trizept trainieren, ne? Okay, Kay, bist du jetzt fertig oder willst du schon weiter machen? Weiter. Weiter? Das ist ein Kämpfer. Das ist ein Kämpfer. Du hast genau das von mir, Kay. Und weiter. Ey, Kay, das darfst du niemals verlieren, ne? Ehrgeizig sein. Immer mehr haben wollen. Nie aufgeben. Guck mal den an. Eigentlich kannst du jetzt Pause machen, Kay. Du leistest echt schon lange. Möchtest du aufhören? Ja. Okay, gut. Kay. Ich bin richtig stolz auf dich. Check. Du kannst auch stolz auf dich sein, okay? Du musst ziehen. Nur mit deinen Händen ziehen. Nein, nein, nicht dein Körper, sondern nur deine Hände. Genau, deine Hände. Genau so. Nein, nein, Ellbogen am Körper. Genau. Und jetzt nur ziehen nach vorne. Genau. Und wieder zurück. Genau. Jaina Benjamin ist am Start. Du, der wird auch gleich geholfen, mein Schatz. Moment. Dein Oberkörper bleibt. Und jetzt ziehen wir. Brüde. Und wieder zurück. Wow. Und wieder zurück. Krass, Kay. Aber hier, deine Arme bleiben so am Körper. Ich habe auch sehr wenig gemacht. Personal Trainer. Wow, Kay, du bist richtig stark. Zieh, zieh. Ich komme nicht. Wieder zurück. Die Arme, wieder ziehen. Wieder zurück. Wow, deine Arme. Genau. Du kannst du erst noch. Du musst auf den Arme ziehen. Wow. Zieh zur Seite, genau. Wow, Kay, man sieht deine Muskeln. Wow. Wow. Kay, oder was? Nein, anders halten. Genau. Und dann den Unterarm bewegen. Sehr schön. Und dann wieder runter, dann wieder hoch. Wieder runter und wieder hoch. Wieder runter und wieder hoch. So, Kina möchte uns jetzt zeigen, wie sie Seil springt. Ui. 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 Ich bin mal gespannt, wie er das macht. Und dann ... Das ist aufwärmen? Ja. Okay. Ich denke mal auf. Und dann geht es richtig los. Okay, guck mal, wie Papa jetzt macht. Kay, was ist mit Kay? Ähm ... Krank. Ist schon ein bisschen heiß. Oh, das ist ja gut. Uh, dieser Mann. Hallo. Uh. Dieser Mann. Mama. Mama. Ui. Das sind jetzt 60 Kilo. Ich bin krank. Papa, sagst du doch mal, bis zwei. Papa soll noch mehr nehmen? Boah, ich weiß nicht, wie stark dieser Mann ist. Ich käm dich. Kranker Mann. Deswegen sind seine Arme so breit, Leute. Guck mal diese Muckis an. Ich käm dich. Ui. Ich käm dich. Ich käm dich. Ich käm dich. Aber noch ... noch die Gäste und die Ruhm. Aber noch die Gäste und die Ruhm. Geld möchte, dass du alle ... 15, 15 ... Und ... 10 sind ... Boah, 80 Kilo. Kannst du mich auch so tragen? Geil. Kann. Guck mal, seine Arme. Seht ihr das, Leute? Häftiger Mann. Wow. Wow, sehr gut. Kinaja möchte auch. Okay, Kina. Schaust du? Komm. Eins. Hey, Kini. Zwei. Kinaja. Drei. Kinaja. Vier. Fünf. Kina, du jetzt auch. Guck mal Mama an. Wow. Weiter laufen. Weiter laufen. Los. So Leute, Fitness ist vorbei. Und jetzt haben wir uns hier direkt ... Entweder hier was zum Snacken rein. Oder es gibt jetzt auch Mittag, ne? So ein bisschen Fleisch oder so auf denen. Einmal Fitness machen und Daisy denkt, sie ist healthy. Ja, ja. Aber heute scheint das Wetter sehr gut zu sein. Heute ist die Sonne sehr schön. Ja, voll. Ja, also Kina ... Kina geht die ganze Anflexchen. So wie Papas oder so, ne? Oh, die Sonne scheint heute richtig schön. Und können wir kurz darüber reden? Erstmal macht dieses Mädchen ihrem Bruder alles nach. Voll süß. Aber können wir kurz darüber reden, wie die Kinder hier im Urlaub aufgehen, Leute? Ja, Mann. Hier geht ich auf. Oh. Du hast es gebraucht, ne? K-Vitamin D, ne? Kina. Wir hören gar nicht auf. Komm, lass uns jetzt mal aufziehen. Komm, wir gehen kurz was anziehen und dann let's go. Heute 100% schwimmen. Hier ist was kleines Essen, sagst du? Ja. So, wir sind jetzt fertig. Hier sind wir ready, start, klar. Mama, guck mal. Guck mal, wie cool Kina aussieht. Kina, zeig dich mal. Oh, Leute, Daumen nach oben. Ui. Okay. Guck mal, wie fresh Kina aussieht. Kina, komm mal her. Wow, die Brille ist so nice. Die Brille ist von Halt, ne? Ja. Ich hab die Halt geklaut. Das riecht gut? Ja. Nach was riecht das? Dönerfleisch. Dönerfleisch? Ja. Haha. Oh, da wird jetzt noch Nachschub gebracht. Oh. Ja. Ja. Okay, das war's, ne? Also es sieht auch richtig schön aus hier draußen essen. Ja. Auch richtig geil. Aber diesen meint mich voll. Das ist auch schön hier, ne? Ja. 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 Habt ihr, habt ihr alles jetzt, was ihr braucht? Wir brauchen noch was zu trinken. Auch. Äh. Was möchtest du? Ananas. Ananas. Das ist immer, aber... Du guckst aber auch nicht, ne? Beim Gehen. Überall blau. Aber guck mal, wie schön bitte. Heute, ey. Heute sieht man aber auch Menschen im Pool. Weil sonst war ja immer so, die lagen ja nur drumherum. So, weißt du? Aber das ist kalt. War komisch. Ja, ich auch. Nein, 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 nein. Guck mal, ne? Ich hab aufgenommen diese, ne? Ja. Und ich schwör's dir, beim Aufleben... Hat mich angezogen, ne? Ja, hat mich erst irgendwie angezogen. Ich hab echt gar keinen Hunger jetzt. Ohne Spaß. Aber ich konnte nicht widerstehen. Und deswegen steht mein Teller hier. Und mein Teller konnte auch nicht widerstehen. Ja, du sagst nach Tisch, nach Tisch. Und du sagst, la la la, ich will nicht. Und du nimmst wieder Mittagessen. Hey, kannst du mal bitte kurz schieben? Ich will hier durch oder setz dich mal hier hin? Kinder, keiner nimmt dein Essen weg, ja? Ja. Die Sonne hält sich auf. Kaucherbrille brauchst du? Ja, Kaucherbrille. Wenn ich runterrutsche, kommt nicht was an meine Augen. Ja? Ja. Rutscht du wieder zusammen? Ja. Welche nimmst du? Lass doch zusammenrutschen einfach. Okay. Jetzt riecht dich auf deine Augen? Ja. Ohne dass es so drückt. Ich geh jetzt auf die grüne. Oh mein Gott. Wenn du rutscht, dann bist du direkt drin. Dann hast du keine andere Wahl. Das ist kalt, aber an der Level kalt. Aber warum heizen die das nicht auf denen? Ich verstehe das nicht. Okay, gehst du weiter rein. Das ist tolles kalt. Das ist, was ich meine. Das ist eiskalt. Okay, geht rutschen. Ja. Okay, let's go. Wir warten hier, ne? Ja. Wir gucken uns das an von unten, ne mein Schatz? Ja. Lang. Hallo? Ah, da kommen sie. Los! Los! Wir haben jetzt erst das Wasser angemacht, ne? Die haben sich das Wasser angemacht. Guck mal, die haben sich das Wasser angemacht. Guck mal, die wollten rutschen. Mein Popo hat so gebrannt. Wieder die Brünen. Warte, warte. Warte, warte. Das heißt, da wurden wir nicht angemacht, ne? Oh, mein Popo brennt. Ich denke, okay, wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Hey, guck mal. Und dann haben wir Wasser angemacht, ne? Und am Abend, wir sitzen da. Am Abend kommt Wasser. Ich denke, okay. Oh mein Gott, mein Popo hat so gebrannt, ne? Wieder die Brünen. Kommst du vorne? Ja. Warte, warte. Ja. Warte, warte. Ja. Oh, guck mal die ist dichtiger. Wow. Warte, warte. Ich bin an der Kribe. Viel besser. Oh, oh. Ich gucke weiter. Weiter, weiter. Weiter, weiter. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Oh, ihr müsst die blaue nehmen! Und los! Das war richtig schnell, ne? Ich dachte, ohne Brille ist besser, wir machen das nochmal! Mit Brille, ne? So, jetzt nochmal mit Brille! Let's go! Wasser aus den Ohren! Sehr gut! Papa und Sohn! Boah, das war ja richtig, also ich sag's euch wirklich, Leute, das zweite Mal, als ich gerutscht hab, das war mit so einem Speed, weil dann unsere Hose richtig nass war, richtig doll und da hatte ich gar keine Kontrolle mehr, aber nichtsdestotrotz, Leute, Kayn hatte ein bisschen Spaß, ich glaube, mit Kayn mach ich das nicht nochmal, weil er hat, glaube ich, sehr viel Wasser getrogen, ne Kayn? Nein, ich kann das nicht! Kina, du willst dich einmal rübergehen zu Mama und so? Nein! Warum? Weil ich nicht weg! Okay, Kina, komm, let's go! Ich trinke das nochmal rein! Was hast du getreten, möchtest du dir denn? Kaltes! Was kalt ist? Ja, ne? Was möchtest du tun? Was möchtest du tun? Okay, mein Schatz, ja? Ich hol dir was zu trinken, weil Papa hat dich nicht gut gehalten, deswegen hol ich dir das! Weil ich hab kaltes Wasser! Ich weiß, ich weiß! Kirsche! Hä? Kirsche! Nee! Du hast alles gemischt! Nein, ich hab nicht alles gemischt! Eistee? Nein, Apfel angeblich! Ah, hier, komm noch! Dankeschön! Das ist deins, das ist Kirsche! Und Tina, das ist deins! Das hier, langsam, aufpassen! Und das ist Papas! Thank you very much! Komm doch mal deine Papier! Das ist Kirsche! Oder was? Kirsche? Laure Kirsche! Hä? Abfelsappen! 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 Ja, ich hab doch gesagt, das ist Abfelsappen! Abfelsappen! Ja? Probier mal, dann schmeckt das! Probier! Nein, nein, warte, alles gut, Kinder! Ich bin schon gut! Schmeckt das? Ich hab euch lieb gehabt! Schmischung, ne? Hauptsache, ihr habt Spaß! Wollt ihr Papa reinschubsen? Ja! Bei drei! Warte! Nein, nein, nein! Nur schubsen, ne? Warte, naja, da hab ich ein bisschen Angst! Okay! Eins! Zwei! Und los! Schubs ihn! Hä? Er hat Angst, Papa! Okay, guck zu, Caden! Caden, guck zu! Guck zu! Eins! Zwei! War kalt? Ja, wenn du hell spielst, dann... Anders, ne? Guck mal Caden! Ich hab' ihn mal kaputt! Nimm mal kalt! Wow! Kalt! Fann! Debbie, Debbie, Debbie! Den Kopf! Den Kopf! Du darfst auch gleich! Es ist kalt! Nein, das ist so kalt! Sehr gut mein Schatz! Okay, jetzt sind wir auf dem Weg. Wir wollen jetzt gucken, ob es Ice Cream gibt. Ice Cream? Ja, da hinten. Okay, okay, okay. Okay, ist immer noch so energiegeladen. Was ist das für ein Eis? Vanille und Schöpfel. Probier mal. Willst du es probieren? Ja. Was ist das? Strawberry. Elbeer und Schöpfel. Vanille? Ja, Vanille. Vanille. Ja, ich schmecke nach Kina. Hast du probiert, Kina? Ja, hab ich schon. Und wie schmeckt das? Ich weiß, was das ist. Bamille und Schöpfel und Schöpfel. Wir sind wieder hier Leute. Daisy hat sich geduscht. Sie ist fresh gemacht. Kane Kinaja auch fresh. Ihr seht, Kinaja hat Paris, St. Germain an. Kina auch. Können wir drehen mal um? Merci! Kane und du? Merci! Dann muss ich noch ein bisschen mehr umdrehen. Guck mal, und ich bin gerade hier ein bisschen. Während die hübsche Dame hier schneidet. Und was für eine geile Aussicht hat. Oh mein Gott, das war so knapp, ne? Okay, aufpassen. Mach hier. Aufpassen. So, verabschiedet euch erstmal. Sag dir Tschüss. Tschüss Leute. Tschüss Leute. Mama, dann darf ich rein. Sag mal. Tschüss Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.